RehepvTV, wir haben den 9. März, wir haben uns hier wieder eingefunden in Binde auf der Schweinezuchtanlage der Firma Strathof. Es geht hier um das Gesamtprojekt Photovoltaik, Kunde Strathof. Bei mir wieder der Thomas Büttner. Herr Büttner, wie steht es um die Baustellen? Ja, also was man nicht zu glauben gewagt hat, wir haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von diesen 1,5 Wochen die gesamten Module hier zu montieren. Es war eigentlich unglaublich, dass man in der Kürze die ganze Materiallieferung hier realisieren konnte. Kooperation mit der Firma Reri, zufrieden? Ja, sehr zufrieden, sehr zufrieden. Es ist eigentlich unglaublich, was da geschaffen worden ist. Nicht nur hier, man muss ja sagen, dass wir noch vier weitere Projekte hatten. Dass man das alles parallel abdecken konnte, war schon super. Ja, Herr Büttner, vielen Dank für das kurze Interview. Sie haben gerade schon zum Best gegeben, dass das mit der Kooperation mit Reri ganz wunderbar geklappt hat. Das Netzwerk unserer Zulieferer mehr als zufriedenstellend. Ich denke da weiter auf gute Zusammenarbeit. Herr Büttner, vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020